Oh Gott, schon wieder... Wo bist du? Alter Finn, ey, ich raste was hinter dir. Ich seh's trotzdem, aber ich glaub, wo bin ich. Du laufst panisch erhofft ein Feuer, ich bin genau hinter dir. Ich mach mal Feuer, also. Oh, Bär! Mit der süßen kleinen... Oh Gott! Ich lauf schon wieder in der nächsten Reihe, du wirst mich doch verarschen. Ja, jetzt wär's doch verbannt, ich will ganz geil. Sofort, einmal kurz. Oh ja, lass dir ruhig Zeit, ne. Trotzdem seh ich dich nicht. Du bist mich jetzt echt wirklich verarscht, oder? Ja, sag alle. Ich knall dich jetzt gleich ab. Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hör zu. Oh, wie du dir auf den Bauch greifst. Ja. Also lange halte ich's nicht mehr ab. Äh, ich hab nur ne sterile Watte. Kann man mit dem Lappen was machen? Dich abwinden. Äh, ich hab wirklich was. Äh, ich hab wirklich was. Ich hab wirklich was. Äh, ich hab wirklich was. Die Sache so, wenn ich jetzt draufgehe und ich muss den ganzen Weg laufen, das wird auch wieder lustig. Wieso nimmt er denn die Waffe nicht? Ist die aus dem Wasser? Kann ich da erst auf den zweiten gehen? Ähm, die Axt nimmt er irgendwie nicht auf meinen, auf den Waffenslot. Du kannst den doch nur auf ihm, äh, äh, ihn verschieben. Also ich könnte zum Beispiel das Jagdmesser nur auf drei machen. Okay. Ja, ich weiß, dass ich kotze. Ja, das ist ja schwul. Okay, ja gut, dann kann ich die Axt dabei nicht nehmen. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Zu dem Großen? Ja. Obwohl ich weiß, dass da hinten eine Apotheke noch irgendwo, glaube ich, war. Vorsicht vor dem Wasser hier. Oh Gott, wo geht's denn jetzt hier wieder rein, ey? Ich probier mal auf der anderen Seite. Da geht's rein. Wo? Andere Seite. So, wenn du dich genau umdrehst. Da. Ist das vielleicht das Hospital gewesen? Das war, ne, noch weiter unten. Da, wo der... Irgendwo der verfickte Dings ist. Der Wolf. Noch eins von den anderen Häusern. Hier war ne Schule. Ist ne Schule, oder? Aber, äh... Sorry. Aber hier war wirklich nicht so viel zu finden. Ne, ne, passt schon. Ich hab... Ich wusste nicht, dass das eine Doppeltür ist. Stimmt, ja. Da ist... Da ist ein Rucksack hinten. Kleiner Jagdrucksack. Jetzt ne Karte der Gegend. Ja, die haben wir aber. Ähm... Lauter Rucksäcke. Na, okay. Ah, ich habe... Ich hab ne Aktivkohle. Kann ver... Kann ver... Kann ver... Kann ver... Kann verwendet werden... Von Zersäuberung von verschmutzendem Wasser. Ich weiß halt nicht, wie das mit dem mobilen Wasserreinigungsgerät funktioniert. Ja, du könntest das ja mal probieren hier bei dem Fluss... Oder See. Ich würde aber vielleicht gerne versuchen, zur Apotheke zu kommen. Ja, kann man machen. Gibt's da noch irgendwas, weil ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte. Okay. Da muss man jetzt hier halt aufpassen. Ja, passt. In dem Wolf. Mit deinem Wolf immer. Zwei waren hier auf jeden Fall immer. Und vorher Giftgas. Vorsicht hier unten. Okay, sieht mich. Kommt man da rein? Ja. Ne, ins Auto meine ich. Vier. Vitamine. Vitamine unten, na schön. Ach, da sind die Vitamine. Versuchen wir einfach mal. Ich hau mir jetzt hinter. Ich grieße es nicht. Äh, ich hab einen Verbandskasten. Äh, ich hab einen Verbandskasten. Ja, ein Verbandskasten hilft dir mit offenen Wunden. Aber ich hab ja Lebensmittelvergift drin, die ist ja ein... Ja, was die... Inneren... Ja, nein, im Kasten können ja auch irgendwelche Vitamine oder sowas drin sein, oder? Ich glaube einen Verbandskasten, aber Armeeverbandskasten. Genau. Mit ihm kannst du dir selbst und andere Soldaten bei Verleihung zu helfen. Inhalts, sterile Mullbinden, Schmerz, Stillen, Antibiotika... Da Antibiotika auch drin sind, das ist schon nicht so schlecht. Ich krieg jetzt mal Luge. Diese Schritte, ey. Bam, bam, bam. Bam, bam. Boah, wie er sich alle da reinzieht, ey. Ja, sieht gut aus. Danke. Problem ist, ich hab schon wieder Hunger hier. Ich hab doch wieder nur... Warte, 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 mich gleich wieder hier Lebensmittelvergift. Okay, eingelegte Tomaten. Ach, was soll's. Hau rein, gucke. Und gleich wieder tot. Haben wir noch was hier? Äh, ne, ich glaub nicht. Ich glaub, wir sind durch. Gut, dann hab ich mir alles reingeschwiffen. Hab ich jetzt wieder alles rausgepfiffen. Der Wolf kommt. Der Wolf kommt. Hab euch. Darüber gleich, zum nächsten. Und in der Dunkelheit sieht man so viel. Juppie. Aha. Was sind das aus dem Holz? Tarnmütze. Ich hab da ne Mütze. Daunenjacke mit Kragen. Schön. Da unten liegt noch was, oder? Grafikpack. Reiserucksack. Armeeverbandskasten. Geil. 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 Und rohe Kartoffeln. Nehmen wir nochmal mit. Ja, perfekt. Für die nächste Lebensmittelvergiftung. Naja, die Sache ist ja, ich hab ein Feuerzeug. Aber ich glaub, wir bräuchten jetzt wieder Holz. Ich weiß halt nicht mehr, wie wir mal vorhaben. Lagerfeuer. Hä, wieso hab ich denn die Waffe mit? Ähm. Oh, okay. Ich hab ne aktuelle Aufgabe. Lagerfeuer. Räder mit Schasch. Okay. Ah, die Teichleidung. Zieh die Komponenten in dieses Fenster. Ah, da ist es Jockel. Auf I. Dann auf das zweite Symbol oben. Warte, ja. Und dann auf das Fragezeichen. Und nun... Ah. Ah. Nee. Waffen. Oh, Gottes Willen. Ich kann uns eine Bandage machen aus nem Lappen. Okay. Wie geht denn das? Zieh ich dann da den Lappen rein? Okay, also für Lagerfeuer braucht man wirklich nur riesiges... Oh, cool. Ja, ich mach grad ne Bandage. Okay. Ach so. Ach so. Jetzt sind auch es lang nur die Waffen, die wir... oder die Sachen, die wir machen können. Weil wir ja die Skill Level natürlich noch nicht haben. Okay. Um andere Sachen zu machen, ne? Könnte sein. Ach, da muss ich auch echt bei solche Sachen wie Fahrradkettenrad oder so mitnehmen. Ja, oder wir machen halt hausmal, wir sammeln uns urviel reisig, machen die ganze Zeit Lagerfeuer und leveln auf da durch. Wär auch ne Idee. Okay. Heute beim... Ich freu mich auf sie sich. Und jetzt ist es natürlich... Oh, scheiß die Wand an. Jetzt wird's eklig. Jetzt... Hast du mal so Angst, ey, so ein Mädchen hier? Buh. Wurdest du auch immer mehr wissen, wo wir hier hinwischen? Ja, ich weiß. Gerade im Bauch. Durch Apfel trockne. Ich mach mal. Was machst du? Für Zweige hier. Okay. Vielleicht kann ich da hier irgendwo schon was machen. Wo bist du hin? In das Haus da. Also davor stehen. Ah, er lässt mich alleine draußen. Das nächste Haus einfach hier gegenüber. Siehst du mich? Ich hüpfe. Hallo. Ach da. Ich sammle gleich nochmal. Vielleicht kann ich da irgendwo einfach hier mal ein Feuer machen. Er brennt alles ab. Einfach mal jetzt. Einfach mal die Häuser hier abfackeln. Sammler 23 von 100. So, wie sieht's jetzt aus? Na dann. Könnt ihr. Oh, ein individueller irgendwas. Sonderverbandskasten. Geil. Aktivkasten. Hattest du gebraucht? Ja, gell? Ne, hab ich. Okay. Ne. Achso. Was macht er? Mal gucken. Lurke. So. Feuer brennt. Okay. Ich komme. Sie haben gerufen. So, gleich nochmal hier mitnehmen. Das mit 30, ne? Das könnte man echt probieren. Und so hochzuleveln. Und so hochzuleveln. Ich muss gleich mal gucken, wie das bei mir überhaupt generell aussieht. Einfach hier den ganzen Wald abholzen. Das reicht ja schon. Du brauchst ja mal Ewigkeiten, bis der eh mal gesammelt hat. Mhm. Und zweimal brauchst du erstmal ein Lagerfeuer zu machen. Ist mir auch schon aufgefallen. Nein. Aber um zur nächsten Sammelstelle zu kommen, bräuchten wir schon irgendwo so ein paar Punkte, wo wir uns jetzt ein Lagerfeuer immer aufschlagen. Deswegen. Machen wir so Feuer. Machen wir grad Feuer an. Und dann nehmen wir den ganzen Bär, der sich hinsetzt. Und hallo. Das ist ein Arsch. Zum Planet Zomi. Zum Planet Zomi. Zum Planet Zomi. Sie setzt sich so hin. Papa Bär ist zu Hause. Was macht ihr denn hier? Morg zu ficken. Was kann ich denn über ein Feuer? Kann ich die rohen Kartoffeln irgendwie? Koche rohe Kartoffeln. Okay. Cool. Geil. Geil. Machen. Oder es wird nicht alles angezeigt, was man so machen kann bislang. Wenn du drüber gehst, steht die F da. Ja. Ja ne, ich meine, in dem, wie man, was man alt herstellt, was man dazu braucht. Mhm. Da waren also bei mir nur 5 oder 6 Sachen an ihm. Deswegen. Großes Fleisch. Ich habe nichts, was ich kochen kann, schraub da bei mir hin zum Beispiel. Okay. Das ist, wo ich fertig mit den Kartoffeln bin. Kochen beendet. Bratkartoffeln. Ich habe eher Durst. So ein Softdrink in die Figurschraube. Kochen beendet. So, was haben wir denn jetzt hier? Hartkartoffelnahrung. Sehr schön. Aber nochmal kochen. Weil ich ja nochmal rohe Kartoffeln habe. Hm. Und ich glaube, Fleisch hatte ich auch noch. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Wieso ist mein Inventar voll? Ich habe noch 10 Plätze frei. Oh, Fleisch habe ich ja schon gebraten. Cool. Ja, dann warte ich. Aktivkohle haue ich dann weg, oder? Wenn du den Overt hast, dann kannst du mir erstmal geben. Ich habe die Plätze frei. Okay. Dann schmeiße ich es mal nicht in den Brüschchen. Ob es keiner mehr findet. Ja, dann mach es mal bitte. Mach es mal bitte hier irgendwo hinten. Ansonsten. Ich wundere jetzt, dass der scheiß Wolf ihn nochmal ankam. Mach mit deinem Wolf immer. Dann fickts doch miteinander. Ich will auch. Der Vorschlaghammer hat halt 8 Kilo. Hast du Bock auf so eine Vorschlaghammer? Ich habe einen schweren Vorschlaghammer. Okay. Dazu habe ich noch die Knarre. Mit 9 Kilo und eine Handfeuerwaffe 1 Kilo. Hast du schon bald hingeliegt? Ja, ja. Ja, keep calling. Und sonst noch was? Ein Panzer. Also. Ein Parker, ey. Parker, Louis. Ganz gut ausgerüstet, was die Klamotten angeht. Ja, ich auch. Warst du jetzt in dem hinteren Haus auch drin? Das schimmelige Brot kann ich gleich wegschmeißen, oder? Hartes Brot. Altes schimmeliges Brot. Gab es zwar in Jessen vorhin, aber ich wollte es dir nicht empfehlen zu essen. Vielleicht nicht so gut. Nein, in dem Haus war ich noch nicht dann. In dem anderen. Ich habe mir gedacht, ich mache hier noch so ein paar Büsche. Ein bisschen reisig oder so. Wollte ja mal kurz gucken. Aber irgendwie hat er mir immer geschrieben, ich bin überladen. Warum auch immer. Als hätte der Reisig irgendwie 10 Kilo. Ja, aber der nutzt ja schon wieder einen Platz auf jeden Fall aus. Ja, ne. Vom Platz her war es okay. Aber 1,5 Kilo sehe ich gerade. Wieder Gesundheit mit Nahrung, okay. 67 von 150. Ich verabreiche Injektionen, 0 von 1. Mhm. Gesteigern und gesteigern das Risiko verschiedener Krankheiten um 10% um die Skill zu meistern oder zu täglich in die synthetischen Obstkiste greifen und speziell Vitamine zu bewegen. Das ist ja fies. Oh. Das ist ja fies. Ich kann jetzt das Lagerfeuer nicht machen, weil da steht in der Nähe schon ernst. Ja, da muss man auch weiter weg gehen. Das heißt, man kann das nicht so spammen. Das ist ja gemein. Ich habe gespeicherte Nährstoffe. Okay, ich muss noch viermal Schaden zulassen. Mit hartgesotten Level 2. Dann lass dich einfach mal vom Bären ficken. Wie kann ich mir das Lagerfeuer entzünden? Okay, mit F. Wo bist du eigentlich gerade? Die Straße weitergelaufen. Oh Gott! Da ist was! Der Wolf! Ich komme! Kürzen! Boah! Shit ey! Puh! Da war er also! Soll ich wieder häuten? Hattest ihn schon vermisst, ne? ich blute ich hab mir aber eh so ne bandage gemacht heute den mal ja mach du mal was hast du noch an essen nichts mehr was ich hätte rösten können da brauchst du was zu essen ich hab halt noch zweimal bratkartoffeln immer fleisch wenn du da was behauptet ich habe noch rindfleisch habe ich noch und ja räucherwurst also geht noch gut danke kann ich denn hier heute ok ich sehe nichts hier der chip ist voll was mal 19 aber ich habe doch money 0 sich das rüberziehen feuer machen oder willst du wie funktionieren das jetzt wieder mit dem scheiß weißt du das verbinden was sie die muni reingebt in die waffe reingebt ich habe leider nicht bislang geschossen hätte jetzt also mit r getippt kann man irgendwie einstellen danke danke mit r ok zu feuer einfach ich habe nichts zum entfachen also musik also zum glück habe ich hier wirklich das ding gerade ja müssen wir nicht unbedingt ich wollte ich nur was kraften ich hoffe jetzt mal dass das feuerzeug nicht so schnell leer geht auch feuer brennt wie schaut es aus schwere 39 prozent bei der gesundheit ich habe mich verbunden das heißt ich das ist mal okay brauchst du noch was an verbinden oder irgendwie was ich habe nämlich noch ja ich habe auch noch die ganze verbandskasten ich weiß es nur nicht wie verwende ich die einfach ja wenn er den verbunden verwendet ist ja aber warte mal ich hätte vielleicht noch mullbinden oder ich weiß halt nicht ob das auch ausreicht ja mullbinden bräuchte ich eigentlich nur wenn ich blute ich bin gleich mal fertig gucken was ich noch so bei habe aber das mache ich ihm gerade nicht mehr ich weiß hat dich ich habe verschiedene aber ich weiß nicht welche gut also vielleicht brauche ich ja nicht den ganz fetten ja ich habe armee verbandskasten 2 dann habe ich halt verschiedene mullbinden habe ich denn noch antibiotika das habe ich aber am e verbandskasten 3 individueller verbandskasten 2 und dann habe ich noch irgendeinen ich ess mal gebratenes fleisch ja doch davon reich 3 immer schon mal ordentlich weiter sonder verbandskasten keine ahnung was ist wenn ich das verwende ich probiere es mal also das mal rein also in der gegend bislang können wir sehr zufrieden sein das andere feuer ist mittlerweile aus okay wissen wir schon mal wie lange das brennt obwohl wenn ich jetzt auf interagieren gehe was passiert dann eigentlich mit dem feuer irgendwie gar nichts schwere 14 prozent wenn das immer noch ist soll ich das soll ich noch im verbandskasten verwenden oder offensichtlich ist besser war das war grad irgendwie dämlich ich weiß nicht warum er nicht zugeschlagen hat okay aha jetzt steht sofort nicht so jetzt geht es aber mal okay warum aber aber cool würde ich doch finden wenn man jetzt schon noch stärker bei hat dass man die in das feuer schmeißt kann man das feuer länger aber ja aber eigentlich ganz geil leider nicht eine sache nachmittag noch wie sollt wie taschenlampe in dem spiel ach doch das andere feuer brennt auch noch ich glaube schon naja wofür versteckt sich da mal in dem komischen bums ja irgendwie da habe ich nicht okay da geht da als ob ich dich hier echt wahrscheinlich schon jetzt am 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 platz wo wir angefangen haben ich bin aber eh noch genau zwischen den beiden lagerfeuern hast du mich echt gar nicht gesehen zwischen den lagerfeuern deine zweigen die büsche das ist aber nicht dazwischen mensch ich hau dir gleich dazwischen ob so ein spiegel mit mir zu machen das mag ich nie sieht man irgendwo den fortschritt eigentlich jetzt von dem vom bauen wie gut beim kraften ist steht das irgendwo da gut im futter weniger durst immunität wo ist denn das mit dem kraften jocke gibt es irgendwie nicht oder vor allem jetzt noch nicht halt so die füge jetzt sind erst mal nur die ganzen waffen und die ganze ausdauer werte und so hat aber ich weiß nicht was halt noch in den unteren bereichen später frei muss man das durch diese ganzen quests erst schaffen naja oder vor allem dass man hat ja es kann schon gut sein denn stufe vier da erhöht sich meiner ansicht nach ich weiß nicht wie bei dir ist durch die erlegung von den fiechern halt jetzt ich bin schon voll der geile wicker aber ansonsten ja bei mir ist ja auch irgendeine quest eigentlich aktiv es war lagerfeuer nahrkampf ist zwei sonst noch nix im kampf rede mit stas ja genau das hätte ich auch also musst du eigentlich da wieder zurück wo wir her gekommen sind wo wir her genau ja wir können natürlich auch jetzt hier noch fünf sechs stunden warten bis die sonne aufgeht ja magst du echt zum stas zurück oder wollen wir ich weiß nicht wir sind jetzt da okay boah wo war denn damals ich glaube auf der karte bei kochkino c4 d4 ich glaube da war damals wo wir auf die ganzen äh äh k.i. mag er mit den knarren du kommst schon wieder wo bist du alter alter finde ich raste aus hinter dir wieso immer die drecksleute auf mich ich sehe mich trotzdem noch nicht mehr wo bist du du laufst panisch herum auf dem feuer ich bin genau hinter dir der läuft wieder in die andere richtung okay ich lauf zum feuer ja okay ich stehe jetzt direkt vorm feuer wo soll ich denn das wissen ich hab auf dem auto vorhin nicht stand die ganze zeit und dann hast du was und hab auf die karte geguckt ja man sollte nie in der gegend rumstehen das ist gefährlich hier mann okay ich kann den verwandskasten gleich wieder verwenden schon wieder an oder? ja okay wo war denn der auf der misse? okay es wäre jetzt echt schon auf die misse langsam hinter dir jetzt du warst übrigens stufe 5 oh nice geradeaus da müsste irgendwie noch ein lagerfeuer sein was ich gerade gecraftet hab bevor mich der fick wolf erwischt hat ich mach mal feuer an oh bär wir sind die geilsten survivor du siehst nie was also mich fickt jeder bär oder wolf dafür mach ich halt die ganzen die ganze häutung die lagerfeuer sind auch so geil wir haben schon voll die lagerfeuerschneise also wer uns sucht muss einfach nur dem lagerfeuer nachlaufen ich glaube ich hab sämtliche wölfe schon eine wichtige umgebung ähm ich spawne hier achso du kannst das fleisch eigentlich wieder ne? wieder kochen das heißt du bist schon saugut im kochen wahrscheinlich müsste eigentlich sein wenn es diesen punkt gäbe ja ah die sache ich hab schon schlechter 6 von 10 krug mit rauchpuder kann für herstellung von munition verwendet werden mhm 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 hat heiko schon hiervon ok was braucht man noch dazu da steht nicht in diesem Inventar idöns wie man hier steht wahrscheinlich müsste man eine wikipedia-seite oder irgendwas dazu haben äh ich lauf mal da rein in dieses nubram kubblebleble ja aber äh ich weiß halt nicht inwieweit dahinter diese äh äh giftfässer irgendwo sind also vorsicht nicht in der verstrahlung da aufpassen ja ja mhm mhm pass auf du bist da drin und siehst gleich wie gegen die Scheibe der Rossi gedrückt wird und vom Bären geflogen werde mhm 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 Kenny hier irgendwann dann mit dabei ist, das war dem auch schon so ein bisschen was. Den kriegen wir doch nicht mehr dazu. Ich glaube schon, dass ich zumindest erstmal runtergelandert habe. Aber jetzt müssen wir dann auch mal, wenn wir mal zusammenkommen, hier dann auch spielen. Aber wir müssen jetzt ja noch was Kenny wieder sammeln. Nein, ich möchte das alles alleine zusammenbasteln. War ja schon bei Fallout immer so der Fall. Toll, Kenny. Spiel mal Blair Witch Project. Wo ist denn der Weih? Wie er mit der Axt ankommt. Das ist Axt, ich glaube, Vorschlaghammer, ja. Mit der süßen kleinen... Oh Gott! Ich glaube schon wieder in der nächsten Reihe, du bist wieder verarschen. Da liegt hier alle mit... Ihr solltet echt weg hier. Ich denke mal gerade, was kommt man da schon wieder entgegen? Oh Mann. Aber wo hast du den jetzt hier gerade zeitgarten? Und ich bin schon wieder blutend. Hast du einen Verband? Ich hab noch Verband. Ja, jetzt wäre es so verbandig wie ganz geil. Sofort? Einmal kurz? Oh ja, lass dir ruhig Zeit, ne? Alter, ey. Die scheiß Dinger. Du hattest vorher panische Angst vor denen. Oh Gott, da ist einer, da ist einer. Und jetzt... Und jetzt fickt mich jeder von denen. Ach, Verbandskasten. Brauch ich nicht. Ich glaube, ich brauch nur so ein Verband. Hast du sowas auch? Ich hab Mullbinde und sterile Mullbinde. Ja, sterile Mullbinde klingt gut. Da sag ich nicht nein. Okay, danke. Irgendwo, wenn ich nochmal finde, entheuten, bitte. Wieso laufe ich denn das erst aus dem scheiß Gebäude raus? Wenn du mal die Knarre am Anschlag hast, die gehen mit die verfickten Vorschlagkammer durch die Gegend. Ich finde den verfickten scheiß Toten, oder ist er abgehauen? Ja, genau, der schleift sich weg. Halt für heute. Sagt seinen Freunden, bitte schuld. Also nochmal heute schon. Man heute sich hier ein Wolf. Alter, mir steht doch ein Bär. Ich bin so wie ein Bär. Äh, ey. Alter, Finne, rat mal wer aufnimmt. Hab mal gedacht, ich lass einfach mal laufen. Geil. Geil. Bis an Dago, geil. Wer weiß, ob ich das hier was hochladen. 2022, Premieren. Weißt du noch, als wir dieses komische Spiel gespielt haben? Allt mal. Geil. Okay, Isolierband und Kettenfahrrad brauch ich. Fahrrad, äh, Kettenrad. Trotzdem sehe ich dich nicht. Ey, du bist mich jetzt echt wirklich verarscht. Na ja, sag alle. Gut, du mal. Ich knall dich ins Geschirr. Nein. Spielst du denn in ganz dunklen Raum? Äh, relativ. Ja, ich eben nicht. Dass ich da hinten die Lampbahn habe. Warte mal, ich mach's auch ein bisschen muggliger. Das hab ich noch von Project Zomboin. Da war das sehr wichtig. Ah. Und da kennst du wieder was. Kann nichts sehen. Oh, 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 oh. Wollen wir jetzt noch länger hierbleiben und uns von den Wölfen attackieren lassen, oder? Ja, ja, sehr witzig. Ja, wo laufen wir dann hin? Sollen wir zum Wegpunkt laufen da? In den Häusern wieder hoch? Ach so, die hatten wir schon, ne? Da waren wir. Das war der Wegpunkt, okay. Dann meintest du ja irgendwo zu einem anderen Lager? Oder möchtest du erst zurücklaufen in der Quest? Wir können auch versuchen zurückzulaufen. Vielleicht eher erstmal. Vielleicht noch ein paar Sachen auch zu bunkern. Also H2 müssen wir dann wieder hin. Okay. Das war ein erfolgreicher Ausritt. Sagen wir, versuchen. Oh Gott, wo ist ja jetzt hier die Straße? Einfach durchschlagen, oder? Quer durch. Was kann schon passieren? Na gut, okay. Also außer, dass hier vielleicht auch hier irgendwo ein Bär ist? Ach. Bär, Bär, Schmär. Ich hab dich doch schon wieder aus den Augen verloren. Das ist aber auch der Klassiker. Prist du denn? Prist du denn? Prist du denn?